Jahresrückblick 2020 von Lignum Consulting. Dieses Jahr bleibt für viele als ein besonderes in Erinnerung. Dennoch durften wir viel Schönes erleben. Ein Einblick in das vergangene Jahr 2020. In 2020 durften wir zwei Bacheloranten und einen Masterern begleiten. Auch haben zwei unserer Mitarbeiter für ihre hervorragende Leistung eine Beförderung erhalten. Leider mussten wir uns in diesem Jahr von zwei verdienten Mitarbeitern verabschieden. Den beiden Herren wünschen wir alles Gute für das weitere Berufsleben und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Dieses Jahr haben wir Social Distancing praktiziert. Wir haben Wege gefunden, wie wir uns trotzdem sehen und austauschen können. Gastvorträge, Planungsseminare und Schulungen wurden durchgeführt, ob online oder vor Ort. Trotz den schwierigen Rahmenbedingungen durften wir weltweit Projekte durchführen. Mit Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, wie der Reisemobil, Küchen, Holzbaubranche und vielen mehr. Während den Reisebeschränkungen haben wir die Chance genutzt, für interne Projekte sowie unseren deutschen Markt weiter auszubauen. Und als das Reisen wieder erlaubt war, haben wir Projekte direkt bei den Kunden vor Ort durchführen können. Auch haben wir eine neue Rubrik gestartet, das Projekt des Monats. Das sind Projektbeispiele, die monatlich von unseren Beratern entwickelt und auf unserer Homepage veröffentlicht werden. Ein weiteres wichtiges Ereignis für Lieblings Consulting. Wir haben unseren ersten Imagefilm gedreht. Dabei wurde immer für ausreichend Energie gesorgt. Der Imagefilm kann auf unserem YouTube-Kanal angeschaut werden. Wir bedanken uns an unsere Mitarbeiter, die immer motiviert blieben, sowie an alle anderen, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit ermöglicht haben. Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund!